Eeeh, könnt ihr mal gewöhnt, ich hab kein Bock hier rumzustehen. Oder rum zu wenn anfangen, genau. Ja, vielleicht gar. So, dann musstest du eben neben mir gesprochen. Wieso hast du mich angeholt? Na, hab ich nicht bemerkt? Ja. Ja, irgend so ein Kind hat mich gefragt. Wie ist die 5 Plätschlappen? Hast du echt? Ja. Du bist doch nicht freundlich. Echt jetzt? Ja, das ist gut. Ja, ich bin stuck, ich kann nichts machen. Ja, ich bin stuck, ich kann nichts machen. Ja, los, rettet sie oder so? Genau. Ja, guck mal, ich bin stuck, ich kann nichts machen. Ich bin hochgeklettern, guck mal. Wusstest du, das Spiel kostet eigentlich 60 Euro, ne? 60 Euro? Ja. Oh, guck mal, wie verdammt das ist. Ich stehe aber auch nicht 3 Euro gekostet. Hast du schon Malco 106? Hä, wieso bist du schon Level 7? Echt? Ja. Ich bin Level 3. Du stehst Level 7 bei mir. Ja, das ist ein Buch, weil ich mit euch spiele. Ja, das ist ein Buch, weil ich mit euch spiele. Ja, das ist ein Temporärer, aber noch mal. Ja, okay, das ist gut. Ja, okay, das ist gut. Ja, 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 ich kann Dings. Nein, ich kann Dings. Nein, ich kann Dings. Nein, ich kann Dings. Nein, ich kann Dings. Ich muss ja, ich will Hampelmänner machen. Ja, okay, dann schließt es ein Spiel, die jetzt ist die Division 2, was ist das? Ja, ich kann Dings. Was? Ja, ich kann Dings. Ich darf Dings. Ja, Martin, Martin. Oh, Gott. Ich mache eh mal und das ist von mir alles gewartet. Meine Kamera kommt dann in dervous Coupe zur Stimme. Warte, 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 warte. Ich kann Dings. Ja, bei mir nicht, ne? Ja, bei mir nicht, ne? O, O, Schilf, I'm back. Hä, wo seid ihr? Hä, wo seid ihr? Hä, wo seid ihr? Ja, wo sind Paaar Spiel? Ah, okay. Ja, okay.